Gut, die haben ein Gesprächsthema. Schauen wir mal zu unseren anderen, zu unserer kranken Freundin näher. Petra, wie geht's dir? Geht es dir besser? Seid ihr besser? Besser ist relativ. Wenn ich hier sitze und nicht bewege oder schiebe, ist es fast behauptbar. Mann, wenn es nicht für Ivor war, würde sie nicht so sein. Ah, keine Verrückung. Das ist nicht genau so. Das konntest du nicht ahnen. Es ist nicht so, dass du wissen kannst, was passieren würde. Niemand hat so etwas gesehen. Still, ich werde alles tun, was ich kann, um es richtig zu machen. Petra, ich weiß, dass es nicht leicht zu hören ist, aber du bist zu krank, um irgendwo zu gehen. Ich bin nicht so krank. Du musst dich ausruhen. Du kannst sie nicht hier lassen. Ich meine, wir können sie nicht bitten. Ich möchte nicht einfach jeden mitnehmen, auch wenn es nicht geht. Ich fühle mich nicht wirklich mitnehmen. Oh. Ruben! Oh, nicht wieder. So, okay, hier in der Höhle haben wir jetzt... Nee, gar nicht. Petra, sind Sie sicher, dass du okay bist? Ich bin okay, Jesse. Ich muss nur noch ein bisschen resten. Okay, die haben was zu reden. Die sind am Ausruhen. Dann schauen wir mal nach den Pferden und nach Lukas. Okay, Lukas, wie geht's dir? Ja, das hört man in deiner Stimme. So, wo ist unser Denker? Magnus? Der war doch hier. Oh Gott, wo ist denn der jetzt hin? Don't run off on me like that, okay? Ich will dich nicht verlieren. Petra ist nichts. Ich hoffe, Gabriel wird sich holen. Ich will dich nicht verlieren. Du verstehst? Die Welt braucht uns, Ruben. Die Welt braucht uns, Ruben. Oh, er redet mit Eivor. Wehe, die arbeiten zusammen. Warum bist du hier? Eivor, come to lock me in another room? Ich bin, um mir zu helfen. Er hat uns folgen. Es ist nicht so. Du musst mich hören. Was du nicht verstehen, ist, dass du alle in sehr schmerz. Obviamente! Nein, ich meine, speziell dieser Gruppe. Die Witherstorm ist nicht schrecklich. Es folgen Gabriel. Gabriel? You see, I may have programmed it to follow his amulet. You mean the order's amulet? Yes. Das sagst du uns jetzt? That amulet. And the reason you didn't tell us that ages ago? Gabriel was gone. I didn't think it mattered. Right, except Gabriel gave the amulet to me. What? I didn't know. Oh, Ivor, you fool. You've created a monster that's following Jesse. And it's only getting stronger. You don't think I realized that. Nothing can stop those things. Nothing even hurts them. Well, except Endermen. Endermen? Jesse is right. The Witherer's gaze passed over them and they went wild. We have seen, how she saw it together. I haven't seen it with my own eyes. We actually just saw a bunch of Endermen pull blocks off a Witherstorm. So, so enough of them working together might be able to destroy a Witherstorm entirely. Clearly, it's a promising concept, at least in theory. If I'm seeing all this is great, is that even possible? Yes. Yes, I think it might be. We'd simply need to get a large group of them into the storm's vicinity. In fact, there's probably more than enough of them still in my fortress. An unintended side effect of you flooding the end. This is just like the old days, Sorin. You and your crazy ideas. Hush, Ivor, for once! Huh. The question is, how to bring the Storms and the Endermen together? Endermen aren't pets. They don't follow orders. The end is the key. Isn't it obvious? The fortress is the key. If we can't bring the Endermen to the Witherstorms, we bring the Witherstorms to the Endermen. Just one problem. You're forgetting about the command block. Ugh. Yes. It's clear now that no weapon can destroy it. Not even a formidable bomb. Actually, I may have a solution to that. You see, when I first took possession of the command block. You mean stole it? Yes, well, I created a fail safe. A backup plan. Just in case. Well, I'd say just in case. Was für eine Sicherung. What kind of fail safe, exactly? An enchanting book. One that contains the power of the command block itself. Use it to enchant a weapon. And you'll be able to smash the command block to bits. Forever. Yes. Yes, that's it. It could very well solve all our problems. What are we waiting for? Let's go get that book. Just one problem. It's at my secret lab. Which is sort of far away. How far could it possibly be? Let's just say it's the farthest place a person can travel before being utterly... Oh dear, what was that? Let's me tell you. It's like it's with W and it's with Idder Sturm. I can't believe it's so quickly found. We're not safe anywhere, are we? Well, we can't stand around and wait for it. So what do we do? Guys, I have a plan. We're going to Ivor's secret laboratory to try to craft a... Ivor? Well, I'll be. It is you. A pleasure, as always, Elagard. Hello. My name is Gabriel. Somebody pinch me. Anyway, I was figured out that Witherstorms are drawn to the Amulet, so we're going to lure them back to Soren's Fortress and destroy the Command Block with an enchanted Superweapon. You figured all that out. Just now? The point is, we need to get moving. We aren't safe. Not as long as we have that amulet. I'll take it. You can't. I can't. I have to. There's no way I can let you do that, Axel. You don't understand. I'm not asking. I thought you'd trust me by now. You just go make that superweapon. I'll meet you back at Soren's Fortress. Well, Axel shouldn't have to do this alone. I'm going with him. I appreciate that. Well, I'm going with Jesse. I pledge to help. And that's what I must do. My friends are still out there somewhere. And you must do this for them. Everyone take good care of yourselves. You too. Okay. Hey, Jesse. Let's try our handshake again. Just once for the road. The Builder Bump? You got it. Go. I'll see you at Soren's, all right? Not if I see you first. Telltale Games present. In Zusammenarbeit. Mit Mojang. Wie weit ist es noch? Doch nicht so abgelegen, hä? Minecraft Story Mode Wie Ruben hinten drauf sitzt Und sie freut Das Gesicht ist göttlich Okay Das ist ein Labor in der Wüste, oder was? Mal ein anderer Ort Sind wir bald da? Sind wir da noch? Nicht viel weiter jetzt Das hast du vor fünf Biomen schon gesagt Immer das gleiche Jetzt? Ja natürlich, nächstes Biom Hätte mich jetzt eigentlich Auf dem Wüsten Biom gefolgt Animation Jeff Sarrrre Ist toll, wenn ein halber Buchstabe hinter einem Eisblock ist Aber die Musik ist nett Der gefällt mir So Da haben wir wieder ein Waldbiom War klar, dass sie Oh, nee, sogar ein Dschungelbiom Ah, hohe Bäume Das hat ja ein Baumhauslabor Ach, hum Das ist doch deine Augen voll Gitschen Wir müssen doch endlich da sein Wirklich Ach, wir müssen doch endlich da sein Könnt ihr da rund sein, wieso er die ganze Zeit alleine ist und verbittert Ach, natürlich der Sumpf So viele schöne Biome und wir landen im Sumpf Was für Lena? Was für Lena? Was für Lena? Hold on, zurück What exactly are the Farlands? Are you being serious? The Farlands lie at the very edge of all things Where logic gives way to chaos They're a dangerous place to visit And a ridiculous place to construct a laboratory Just wait until you see it Do those two never stop arguing? I don't know, I'm too hungry to care Yeah, I'm starving We all are Maybe we should turn back? This isn't the time Swamps are too dangerous You never know what might be lurking around Wir können jetzt nicht mehr umkehren My stomach Guys, we can't turn back now Not after coming so far Fine, but I'm taking a break So am I So am I We mustn't linger long The Farlands are just beyond this swamp So this could be our last chance to find food Mmmh Mmmh Im Sumpf, lecker Jetzt immer das beste Essen So, was haben wir denn hier Schönes? Die Gruppe Bisschen umschauen Pferde Sumpfland Sumpfwasser Gruppe Erstmal die Gruppe Untersuchen People become kind of useless when they hungry, huh? Everyone doing okay? Not really We're starving 1 F max F max 2 3 4 5 5 9 10